Wir entkommen heute der Horrorschule und da bald Halloween ansteht, ist es heute ein Halloween-Special. Können wir es schaffen, ein Hausaufgabenheft zu retten, Leute? Los geht's! Hey, Cosmo! Oh mein Gott, ist das dunkel! Wir sind hier in der Horrorschule gelandet. Ich wollte nur meine Hausaufgabenheft zurückholen. Es ist auf einmal so dunkel. Was ich dabei habe, hier, Süßigkeiten einmal, weil bald Halloween ist. Guck mal, hier ist die 3E, die ist voll doof, die ist richtig doof. Die hasse ich! Guck mal, die ganzen Stühle und Tische wieder so hängen. Lass mal ein bisschen weitergehen. Lass mal lieber zu unserer Klasse gehen, weil unser Raum ist eh der beste. Hier ist die 3C, die ist eigentlich... Oh! Was war das gerade für ein Geräusch? Das ist mir so gruselig alles, sag mal. Okay, komm, aber die ist auch eklig, die ist auch eklig. Gehe niemals um 3 Uhr nachts zur Schule. Würde sowieso keiner freiwillig machen, aber machen wir jetzt extra für euch. Warte mal, rechts oder links? Ey, es fühlt sich echt crazy an, ne? Hier ist ein Kürbis. Hier müssen wir bestimmt langen. Kürbis. Hier könnt ihr, glaube ich, dingsen, ne? Hä? Können wir einsammeln? Nein. Können wir nicht einsammeln? Ich dachte gerade kurz, ne? Da vorne. Was ist denn hier noch so ein Teddybär? Oh! Da war was! Wieder war was. Da war was! Ich schwöre, hier war was. Nicht da, rechts von mir. Rechts von dir? Hier, guck mal hier. Rechts von dir auch. Was soll dir sein? Hier, hier ist was vorbeigelaufen. Ich könnte schwören, ich habe was gesehen. Hier ist gerade der Spind umgekippt. Oh, 50 Robux. Die lag hier. Okay, warte mal. Die kaufe ich mir auch mal. Hä? Alter! Da ist was! Da ist was! Ich schwöre dir, da war was! Hä? Du veräpplst mich doch. Hier ist keiner. Ich sehe ja nichts. Ich sage dir, dass ich da was gesehen habe. Du bist ein Veräppler. Wir können da reingehen, glaube ich, in das Zimmer. Wieso habe ich die jetzt? Wieso habe ich die? Ich habe die gerade gekauft. Hast du die gekauft? Ja. Aber hier steht, du besitzt diesen Artikel bereits. Aber ich habe die unten nicht. Ich habe die schon. Ah! Ich habe die... Du hast recht. Ach! Also echt. Okay, dann lass mal hier reingehen oder so, ne? Irgendein Ding war da eben. Ach, du bist doch hier ein Veräppler. Hier... Ich veräpple dich nicht. Kann ich nicht reingehen. Kann man nicht reingehen. Dann müssen wir hier weitergehen, glaube ich. Klasse B. Die ist aber die einzige Tür, die zu ist. Nein. Nein. Ich sage dir, wir müssen da lang, wo ich das Ding gesehen habe. Soll ich das mal beschreiben? Das war irgendwie so ein... Ja. Was war das? So ein schwarzer Punkt oder so? Wie so mit so Spinnbeinen. Ganz gruselig. Okay, okay, okay. Ich weiß schon, was du meinst. In diese Richtung ist es gelaufen hier. Mit Spinnbeinen. Also hier in die Richtung war es. Ja, ja. Oh mein Gott. Hier können wir mehr Geschwindigkeit haben. Das ist Sonic-Schuhe. Aber brauchen wir eigentlich nicht, ne? Brauchen wir nicht. Hier ist dein Manager-Raum. Oh mein Gott. Ich glaube, da ist es reingelaufen. Aber du darfst in den Manager-Raum? Oh! Die Tür ist verschlossen, steht da. Schlüssel. Bestimmt. Oh ja. Vielleicht irgendwann ein Schlüssel. Okay, dann lass mal einen Schlüssel finden. Wo könnte nur ein Schlüssel sein vom Manager-Raum. Dann würdest du wahrscheinlich in so einem Raum sein, wo der Hausmeister quasi alle Schlüssel versteckt hat. Ja, ja. Ich hätte gedacht, vielleicht hier. Hier ist so ein Fitness-Raum. Hier ist so ein Fitness-Raum. Hier ist der Fitness-Raum. Ah, hier können wir sogar reingehen. Hier können wir Fußball spielen. Das wäre cool. Warte mal, was ist hier? Fitnesstür? Ne, die ist verschlossen. Auch verschlossen, ne? Ich hätte gedacht, dass hier der Schlüssel irgendwo ist. Hier können wir jetzt vielleicht reingehen, ne? Ja! Ja! Oh mein Gott, hier ist der auch, der Schlüssel. Okay. Hier, ich habe ihn. Okay, gut. Weil ich kann ihn nämlich nicht nehmen. Ja, okay. Warte mal, was ist das denn hier noch? Hier ist noch so eine Notiz. Was steht da drauf? Keine Schule steht da. Das ist keine Schule? Was? Wie? Wir sind doch hier in der Schule, oder nicht? Das ist doch die Wilhelmschule, oder nicht? Ich glaube da auch. Wilhelmschule. Ja? Ja. Hallo? Hä? Das ist gerade ein bisschen komisch, muss ich sagen, Kaspar. Hm. Also hier, ich meine... Warum ist hier die Musik so? Ich bin mir halt immer noch nicht sicher, ob ich irgendwas gesehen habe da oder nicht. Also... Na gut, komm. Ich mach mal auf die Tür. Okay. Jetzt haben wir hier nochmal Taschenlampe. Wieso sitzt hier ein Kürbis und hier ist nochmal eine... Der Schüssel für Klasse B. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ich muss die Klasse B finden und die Tür öffnen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Klasse B war doch hier hinten irgendwo, ne? Ich glaube das war... Fast eins der ersten Türen gewesen. Ja, das hab ich noch gesehen. Die zweite war das. Die zweite Klassentür war das. Ja, stimmt, stimmt. Ja, aber ich glaube... Das Ding ist, wir sind ja Klasse A und ich suche ja eigentlich jetzt nur mein Hausaufgabenheft. Das Problem ist halt, ich hab halt vergessen, dass wir Hausaufgaben aufhaben. Hast du das denn irgendwie vergessen in einem Klassenraum, glaubst du? Ja, Klasse A. Ich mein, du bist ja Klasse B. Deswegen bringt mir das ja nichts, dass ich dich frage. Aber das war in Klasse A. Oh ne, hier ist Klasse E. Das ist Klasse E nur. Ja. Wo ist denn... Also ich muss eigentlich zu Klasse A, aber dann haben wir noch gar keinen Schlüssel dafür. Okay, also Klasse B kann ich hier zeigen, das ist hier vorne. Ja! Hast du den umgeworfen gerade? Nein, ich mach's nicht. Ich hab den nicht berührt. Ach so, wieder was... Hier ist Klasse D. Müssen wir auch nicht hin. Hä? Aber wir können hier reingehen. Hier ist eine Notiz. Warte mal, was steht da? Ey, was steht da drauf? Du hast es verdient. Ich weiß es auch nicht. Schalte die Klasse B til frei. Okay, also B war noch woanders. Wo war denn Klasse B jetzt nochmal? Klasse B war... Vorne. Hier rechts glaube ich dann lang, ne? Muss ja. Hier rechts und dann... Es muss hier lang gehen, ne? Hier unten lang. Ne, ne, ne. Ne, oder? Ne, da war der Sackgasse. Hier, hier lang. Hier muss... oder? Sicher? Warte mal, ich gucke. Ne, hier Klasse B. Klasse B? Ja. Oh, optimal. Da können wir schon reingehen jetzt. Mach auf hier, mach auf hier. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich mach auf, ich mach auf. So. Aufgemacht. So, hast du hier... Oh, oh. Was ist? Da ist Kitsch wieder in den Schrank umgefallen. Ich glaube, hier sind einfach irgendwelche Ratten oder sowas, ne? Ja, das kann sein. Hier für den Fitnessraum habe ich den Schlüssel jetzt aufgemacht. Ehrlich? Hast du Schlüssel bekommen? Ja. Alter, dann haben wir... Vielleicht ist da irgendwo auch die Klasse A versteckt hinter, oder so. Klasse A? Oder meinst du, dass Klasse A vielleicht dieses Zimmer hier ist? Nein, oder? Nein, 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 nein. Das ist nicht Klasse A. Weißt du, was das für ein Zimmer sein soll? Das soll so ein Zimmer sein, wo die Schüler reinkommen, wenn man nachsitzen muss. Ja. Wenn man keine Hausaufgaben hat, dann muss man sich nach... Deswegen war da auch so Blut an der Wand, ne? Mach dir mal eure Hausaufgaben! Ja, da hast du auf jeden Fall... Oh! Da will ich nicht rein. Da will ich auch nicht rein. Ich will irgendwas nicht. Ich will da nicht rein, Kaspar. Irgendwas ist mit dem... Irgendwas ist mit dem Raum da. Ich will da nicht rein. Ich geh... Bro, geh du vor, komm. Nein, du gehst vor. Ich geb dir 10 Euro vor. Ich hab alle Türen da aufgemacht grad. Wieso alle? Ich hab selber da auch ne Tür... Ach, komm. Komm, geh rein. Bist du bereit? Ja, geh rein. Ich hab aber Schiss. Okay, darfst du auch haben. Ich guck dich an. Ich guck dich dabei an. Okay. Okay. Hey, verschwinde mit dir! Du bist in einer sicheren Zone. Das Monster kann dich nicht angreifen. Oh, was denn für ein Monster? Das, was du gesehen hast vielleicht. Was? Ich glaub, irgendwo lauert ein Monster. Was sollen wir tun? Lauf weg von der Schule oder Schule erkunden? Also... Schule erkunden. Das Ding ist... Ich hab mein Hausaufgabenheft nicht. Wenn ich die Hausaufgaben nicht mache, krieg ich ne 6. Kann ich mit dir erlauben. Das wär scheußlich. Wir sind kurz vor der Weihnachtsferien... Herbstferien sogar vor. Das wär schrecklich. Ich hoffe, du kriegst gute Noten. Ja, deswegen. Wir müssen auf jeden Fall... Hier ist vielleicht die Klasse A. Ja, die... Weil das Ding ist... Guck mal, ich muss halt ehrlicherweise sagen... Wir sind ja erst gerade mal dritte Klasse. Was ist das? Oh mein Gott! Lauf! Ich wurde erschrocken. Was ist das zum Ding? Das war nicht das Ding, was ich gesehen habe. Alter, war das kein Gesicht? Lauf weg! Das ist ne ehemalige Schülerin. Die war Harry Potter! Schnell! Sichere Zone! Hier! Lauf! Lauf! Hau rein! Hau rein! Alter! Ich geh wieder raus, ich geh wieder raus. Was müssen wir hier finden? Was müssen wir hier finden? Okay, pass auf. Wo bist du? Ich bin hier! Ich hab hier was! Wir müssen eine Tür finden! Er ist hier! Wer ist hier? Ich hab die Tür gefunden! Ah! Wo ist es? Ich wurde gefunden! Alice! Ich muss mich respawnen! Ich muss mich respawnen! Ich warte hier! Ich bin in der sicheren Zone! Ja, ja, genau! Ich bin hier! Da rein! Ja, hier! Hier ist der Tür! Auf einmal kam die da eben! Die kamen auf einmal! Hier ist er die Tür! Ach, das ist verschlossen! Auch ein Schlüssel! Ähm, wo könnte der Schlüssel sein? Ist jetzt gerade die Frage! Ich glaub hier links lang! Komm mit! Komm mit! Hier links und jetzt hier wieder links und jetzt hier wieder links! Dann springen wir jetzt! Wie ist hinter dir? Wie ist hinter dir? Oh mein Gott! Sackgasse! Sackgasse! Nein! Nein! Fress ihn! Nein! Fress nicht mich! Oh mein Gott! Wo ist sie? Sie ist weggegangen! Hier! Wenn du dich ganz doll reinklatschst! Oh mein Gott! Ja, du hast recht! Dann ist man in der sicheren Zone! Okay, geh weg, geh weg! Komm! Hier war falsch! Hier ist kein Schlüssel, ne? Ne, hier ist nichts! Okay! Okay, dann ist gut! Ey, gut! Da kommt sie schon wieder! Die ist schnell, die ist schnell, die ist schnell! Hau ab jetzt! Guck mal, die steht da! Ja, sie ist weg! Sie ist weg! Okay, okay! Ich komm! Ich komm! Oh mein Gott! Was ist das denn jetzt? Was soll das jetzt? Du hast weggelockt! Ja, hier ist so ein unsichtbarer, durchgängiger Gang hier! Der muss hier sein! Das ist so ein unsichtbarer, durchgängiger Gang! Ich glaube, sie ist gerade verschwunden! Da hat sie gerade ein Sandwich gemacht? Ich weiß es nicht! Ich glaube, wie kostet das auch, dass sie sich ein Sandwich gemacht hat? Du musst doch Hunger haben! Hier ist ein sicherer Bereich! Wir sind auch von da gekommen! Oho! Hier ist mein Achter! Hier rechts, rechts! Komm rechts, rechts! Hau mal jetzt, zieht die nämlich um! Ha ha! Ja! Weg mit dir! Hau ab da! Hau ab! Weg mit dir! Das war schon mal falsch! Mal, dann kann es ja nur noch dieser Weg hier sein, oder nicht? Ne, warte mal! Ja doch! Eigentlich schon! Doch, das kann nur noch der Weg hier sein! haben wir nicht. Oh, Schlüssel, 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 Labyrinth. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Labyrinth-Schlüssel? Ist ja komisch. Aber müssen wir uns jetzt, glaube ich, hier rechts halten, ne? Kann man das angehen? Wir müssen hier in diesen Weg hier rein, hier rein. Und hier ist jetzt die Tür. Hier rein, sicher? Nein, ich glaube... Ganz sicher, hallo? Oh Gott. Hier, der kommt. Mach rauf. Wir sind ja sicher in Zone. Achso, ja gut. Okay. Dann rein hier. Rein hier in den nächsten Raum. Sieht so aus, als würde es hier auch eine Tür geben. Ja, ich hoffe mal zur Klasse A. Ich suche immer noch meine Hausaufgaben her. Ja, es gibt auch hier irgendwelche Schlüssel, aber ich sehe hier keine. Was soll denn hier Schlüssel sein? In den Schließhechern. Ja, warte mal. Ah, da? Guck mal. Ja. Dreck gefunden. Ja, die habe ich gerade aufgemacht. Hab ich aufgesammelt. Warte, meinst du nicht, dass es noch mehr gibt? Äh, für den Schlüssel. Also, ich glaube nicht. Ja, okay. Ich dachte, es gibt noch mehr. Gut. Nicht, dass du da gleich Isabelle freimachst aus dem Stück. Ja, ja, das zeige ich, das zeige ich. Guck mal, hier sieht man die ganze Zeit so ein Stromkabel. Oh! Oh! Was ist das denn da? Wie war da gerade? Die hat Augen. Das sehe ich gerade. Die hat Augen. Das sind doch keine Augen. Das sind doch Augenbrauen oder nicht? Nein, das sind Augen. Du wirst die Schule nicht verlassen. Wusstest du, wer ich bin? Oh, diese Fingernägel. Jetzt hat die so in Kohle gefasst. Achso, die hat wohl eher in Kacke gefasst. Das ist ja ekelhaft. Hä? Hä? Was? Du bist gestorben. Wie? Schlechtes Ende haben wir gehabt. Hä? Was? Mann. Hätten wir aus der Schule gehen sollen? Ich glaube, wir hätten abhauen sollen. Ich glaube, wir hätten... Oder wir... Ne, wir haben die Tür. Jetzt kriege ich eine 6. Mann! Selbst schuld, ey. Warum selbst schuld? Ja, Mann. Hätten wir es schon finden können. Wir hätten abhauen sollen, als wir die Chance hatten. Das soll es gewesen sein. Wenn ihr von der Merse möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt unbedingt den beiden Videos aus. Auf drei bis morgen. Ciao, ciao.